Ein elektronisches Türverschlusssystem stellt sicher, dass die Ware vor dem Zugriff Dritter geschützt ist. Besonders wichtig ist dabei auch die einfache und zuverlässige Bedienung. Bisher konnte das Türverschlusssystem TL3 nur von einer Person gesteuert werden. Zum einen durch den Fahrer über die PIN-Eingabe am Fahrzeug oder die BISMART-App. Zum anderen durch den Disponenten im Trailer Connect Portal. Im Transportalltag ist aber jeder Arbeitsschritt, den man sich sparen kann, Zeit, die man dazu gewinnt. Automatisierung steigert zudem die Prozess- und Transportsicherheit. Wie wäre es, wenn durch Geofencing automatisch erkannt wird, dass der Trailer in einer sicheren Zone ist und die Türen entriegelt werden? Oder sich die Türen nach der Schließung automatisch verriegeln? Genau das ist mit Trailer Connect möglich. B- und Endladestellen werden vorab festgelegt und die Türen bei Einfahrt automatisch entriegelt und bei Ausfahrt wieder verriegelt. Die Konfiguration der Geobereiche erfolgt einmalig, einfach und bequem im Trailer Connect Portal. So werden Risiken minimiert und der Aufwand beim Transport reduziert. Der Disponent hat dadurch bessere Kontrolle und der Fahrer weniger Arbeitsschritte. Dabei werden alle Vorgänge lückenlos dokumentiert und dem Verlader wird so ein Beweis geliefert, dass der Trailer während des Transports durchgängig verriegelt war. Das ermöglicht nur die vernetzte OEM-Trailer-Telematik-Lösung von Schmitz Kagebull. Alles aus einer Hand und in einem Portal.